einen wunderschönen guten zu poppy es soll was lustiges sein ich bin ich gespannt ich guck mal hier optionen ultra alles ultra wie immer ihr breiten dass ich mal ja wo man einstecken macht uns natürlich wo wir können springen wir können rennen okay ich bin gespannt es soll witzig sein du hast eine tasche auf dem friedhof vergessen also was bist du für eine guck mal hier ist unser auto und wir können rennen wir können springen wir können rennen okay das war also das flashlight okay interagieren können wir nicht was war das hallo was war das denn gerade woher laufen sie mal los wie kann man seine tasche auf dem friedhof vergessen das ist mir neu nicht richtig ja ich brauche einen schlüssel ich brauche einen schlüssel für die kirche okay alles klärchen so warte mal hier geht es auch noch hin ich weiß nicht ob es trotzdem gruselig ist ja ob ich drücke hallo heute wissen bin hier jetzt hier schmeißt doch mal das brett auf ist doch in ordnung okay also das geht echt zügig leute ich brauche gar nicht rennen ich brauche gar nicht rennen das macht er von alleine also wir sind ja genau hallo generell schon mega schnell unterwegs hier was zu lesen kann ich das kann ich kann kennen wir f2 englisch für meine schwester alice clark ich denke der junge wurde poppy genannt wenn ich mich nicht wenn ich recht richtig liege er spielt immer dumme streiche zu den anderen keine ahnung grap ich weiß nicht die groß es ist verstörende erkennt ok ok wird uns hier streiche spielen wir dürfen das nicht passieren lassen und ok weiß ich nicht warte mal jetzt verbieten für anyone irgendeine ritual okay poppy muss am ende der woche gehen vater 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 ok alles klar warte mach das mal weg hallo ok also irgendein vogel ok das neue schatten pränkt uns hier also krass ist ob hier ist ok es ist abgeschlossen ist alles abgeschlossen freunde wala wieder langfetzt hier jetzt ne poppy bist du da oh das ist aber ein schönes bild was sind das was war das gerade oh alter wenn es hier ums überleben geht leute das spiel wird kurz dann wird es wohl nur ein letztes test ok der vorhang ist schon mal äh 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 bruselig was muss ich denn hier machen achso ich brauche achso die tasche ich habe schon vergessen dass ich die tasche suchen muss ähm ich brauche einen schlüssel für die kirche und oh oh wow eigentlich wollte ich doch nur die Tasche von meiner Ollen holen die warum auch immer sie vergessen hat oh ne schon wieder was zu lesen mach mal licht aus sonst kann ich das nicht lesen oder ne doch lass an was ist denn das ein fuß äh die nonne mit haarigen beinen was hallo na na hoffe du hattest einen guten tag was wir hängen ein bisschen rum es ist irgendwas bescheuertes Talpoppy ok ok macht ja gerade Witze ich habe sie nicht verstanden wie ist aber ein englisches mega grottenschlecht hier ist untertür oh wow also Talpoppy wir werden eh gleich rausfinden wer das ist weil wie gesagt ich hau eh nicht ab ich hoffe ich muss ja nicht übelst viele notes finden oh hier guckst du hey picked up the church oh jetzt muss ich den weg wieder zurück finden holy crap fuck you alter ich hasse job scarce ich wusste es wenn ich nicht drauf vorbereitet bin ne puh ich hab Poppy gefunden die haben mich jetzt erschrocken alter Drecksack ok ok so bäh 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 ok wo ist die tasche auf dem friedhof hallo das ist nur musik ne creepy musik äh oh alter fuck you was zur helle war das denn gerade alter richtig in die fortkriege ich vermöbel dich erstmal ein bisschen versprochen boah der mich jetzt erschrocken ob er bringt uns alles klar also tut er uns nicht wirklich was können wir nicht hoffentlich nicht wirklich sterben da ist die tür und hier ist auch die tür hier hier sollte vielleicht mal nicht so rennen dann schreck ich mich vielleicht auch nicht so oh ein haufen türen sowas liebe ich ja jetzt schon wieder temi mach mal licht aus ich sehe es nicht temi irgendwas ist kein spielzeug lächer kram oder sowas äh liebe lachen leben oh ist mit dem stuhl los ist er müde gut ist klar den schüssel habe ich schon ne ne hatte ich oh was ist das licht aus ich sehe es sonst nicht toll poppys you me alter ich dachte das ist ein lustiges game russ das badezimmer das auto i'm coming for you oh ne lass mal musst du nicht bleib mal da wo du bist du idiot und ich habe keine lust mehr irgendwas zu lesen ähm für den priester von tall poppy guten morgen vater ich habe gesündigt ähm oder wenn du das liest werde ich sündigen äh irgendwas mit äh wie ich das wort des sündigen eins also es ist ein besuch ich heute nacht mit dem ich etwas spaß haben werde muhahaha okay die bilder sind schon witzig ähm oh du willst mich umbringen oh ne klasse ich höre zwar was aber ich sehe es nicht ich habe jetzt ehrlich gesagt keine ahnung was ich hier machen muss ich will auch in die räume gar nicht reingehen da guckst du ne oh was ist jetzt passiert hier ist noch was zum oh ja ich habe einen schlüssel für picked a priest office key poppy poppy ich habe dich gesehen warum auch immer du am boden rum gekrabbelt bist man weiß es nicht oben der dort ließ guckste wääh oh fick dich ich hasse dich oh okay das ist einfach nur ein jumpscrap spiel alles klar pfuh ich habe keine ahnung ob der mich wirklich töten kann das denn machen hey get back here i'm gonna catch you nein tust du nicht verschwinde du musst schon hin achso oh man könnte vielleicht mal das lichter machen oh hier geht es nicht weiter was ist das poppy ich habe mich gerade verlofen ich bin nicht kacke oh hier geht es nicht weiter oh ne ich komme hier nie wieder raus oh ne oh kacke oh damnit oh ich bin zu tot oh was ist das jumpscare haha Entschuldigung das war lustig danke für die warnung haha okay das ist das fand ich jetzt witzig oh hier ist ne Tür guckste du brauchst nen Schlüssel haha okay ich muss irgendeinen Schlüssel finden jumpscare hier guckste hallo hallo ist hier der Schlüssel auch nicht wo ist denn der Schlüssel oh Leute wo finde ich denn jetzt den Schlüssel hä hallo oh scheiße da kann ich töten oh scheiße oh okay ups laden wir nochmal die letzten Checkpoint er kann mich töten das ist ja aber jetzt doof ne was hast du gemacht jetzt habe ich mich nicht erschrocken Entschuldigung alles klar da ist er ich weiß gar nicht wo ich hinrennen soll poppy ich finde das blöd dass du mich töten kannst weil ich muss doch einen Schlüssel finden ich wüsste aber gar nicht wo oh warte oh warte oh warte hier wartest du irgendwo mit der Tür hier geht doch auf tschüss oh jetzt kann ich die Tasche vom meiner Ollen suchen ich freue mich wahrscheinlich irgendwo hier auf einer Bank oder poppy verfolgt uns finde ich super ich muss aber bestimmt noch wieder zum Auto zurückfletzen oder oh hier geht es schon raus warte ich bin noch nicht so weit ich muss den oh die Tasche ich muss in die Tasche der Mond ist schön das gefällt mir oh Püppchen wo ist denn deine blöde Tasche ich höre irgendwelche Google-Sachen auch poppy ja wo ist die Tasche Portmanetasche ich habe es schon wieder vergessen oh jetzt habe ich gedacht da ist er entschuldigung 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 wo ist denn wo ist denn die Tasche ne gehts aber da raus Orientierung auf Wiedersehen hier geht es doch nicht weiter was hier über die gräber wo hast du deine blöde tasche oder kann ich einfach gehen oben die geld wir müssen schon wieder mal schlüssel hallo schweiner schlüssel brauchen schlüssel er ist wohl bist du rennst hier lang und dann aber der sound ist witzig schlüssel hallo ich brauche den schlüssel schlüssel hallo hallo was leuchtet da hinten ziemlich jetzt verarschen ich war euch hier schon ohne besucher was machst du auf dem friedhof weißt du wie viele besucher ich ja schon begraben habe jesse but i can tattoo was willst du machen hier murdering to poppy du kannst mich mal du bringst mich nicht um ich hab dafür jetzt keine zeit ich will jetzt gehen wenn wir das jetzt nehmen pick 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 up hier pick pick ich ich kriege okay wo ging es denn hier raus er macht mich doch gleich dort Warte mal. Ich muss jetzt erst mal gucken, wo geht es denn hier aus? Warte. Nee. Nee, hier, ne? Ich habe meinen Kack-Sound so mega laut, ne? Das ist so. Warum vergessen die Olle eigentlich auch? Ähm, wie kann man die Tasche vergessen? Ich renne doch schon zu meinem Auto, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Hier. Eingestiegen, ich habe es geschafft, ich lebe noch. Oder sowas in der Art. Oder auch nicht. Sind wir durch, haben wir es geschafft? Yay! Das war witzig. Jumpscare halt, ne? Jumpscare-Spiel. Was ich richtig witzig fand, aber Achtung, Jumpscare. Könnten wir das bitte öfters mal einbauen? Bevor dann ein Jumpscare kommt. Puh. Ja, war witzig, ne? War kurz und knapp. Ja, sehr schön. Chris und Mieke. Habt ihr ein nett gemacht, ne? Oh, Jens. Das ist witzig. Mein Englisch ist, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was es wirklich ging. Um diesen Teil poppy, ja? Aber. Keine Ahnung. Wirkling in der Shadows. Warte mal, das ist auch so. Indie-Game. Seid ich auch schon gespielt, oder? Was ist das? Keine Ahnung. Wenn es das ist, weiß ich es nicht, ist es wahrscheinlich auch ein Boot dabei. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Ich hoffe, ihr habt euch auch erschrocken, genau wie ich. Und habt ihr schön die Kopfhörer ganz laut, ja, so wie ich. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Game oder Minigame. Bye, bye. 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 Bye.